Die Ummah von Muhammad durchlebt derzeit sehr schwere Tage. Grund dafür ist vor allem das Fehlen eines Kalifen und der Einheit der islamischen Länder, die einst nicht klein und machtlos waren, sondern unter der Führung von Kalifen eine starke Einheit bildeten. Doch ist dem seit ca. 100 Jahren nicht mehr so. Doch auch unter dem Kalifat gab es Probleme. Und vor allem als der Zerfall des Kalifats immer näher rückte, war dies deutlich zu spüren. Zu jener Zeit war das Osmanische Kalifat lange nicht mehr so stabil und stark, wie es einst war. Es litt unter großen Schulden und unter großem Druck durch die Briten, Franzosen und Russen, deren Imperien immer mehr an Aufwind gewannen. In der Endzeit des Osmanischen Kalifats war es ein gläubiger Mann, der sich gegen die gesamte Welt stellte und versuchte, den Staat mit aller Kraft über 33 Jahre zu beschützen und zu wahren. Dieser Mann war niemand geringerer als der letzte große Kalif, Sultan Abdul Hamid Han II. Trotz der ernüchternden Lage setzte er sich für das Kalifat und die Tilgung der Staatsschulden ein. Aber die finanzielle Lage des Staates war nicht das einzige Problem. Denn zur Amtszeit von Sultan Abdul Hamid verbreiteten sich ebenso falsche Praktiken und Ansichten. Außerdem machten sich Unruhen breit, die vor allem von außerhalb des Staates geschürt wurden. Er versuchte die Bindung zwischen den Muslimen wieder zu stärken, denn er erkannte, wie wichtig die Einheit ist. Eine Einheit, die zu jenem Zeitpunkt nicht in idealer Weise gegeben war. So sagte er, es obliegt uns, unsere Bindung zum Rest der Muslime zu stärken und dies an jedem Ort. Wir müssen uns aneinander mehr annähern und Einigkeit schaffen. Denn für eine positive Zukunft gibt es andernfalls keine Hoffnung. Die Zeit ist zwar noch nicht eingetroffen, doch wird ein Tag anbrechen, an dem sich alle Gläubigen vereinen und sie werden voranschreiten, sich erheben und sie werden zu einer Nation werden und wie eine Person sein. Dann werden sie die Ungläubigen unterwerfen und ihre Autorität zerstören. Abgesehen von der Anstrengung, die Abdul Hamid aufbrachte, um den islamischen Staat zu retten, war er darüber hinaus auch ein sehr kompetenter Staatsmann und Politiker. Dies alles und viel mehr zeichneten ihn aus, unseren letzten großen Führer und Kalifen. Heute sehen wir immer noch, wie der Islam angegriffen wird. Der Islam wird entstellt, Lügen werden über ihn erzählt und er wird als barbarisch und mittelalterlich dargestellt. Über den Propheten werden Karikaturen veröffentlicht, die an Respektlosigkeit kaum zu überbieten sind. Die Ummah wird in vielen Teilen der Welt auf unmenschliche Weise behandelt und wir sehen uns täglich verschiedensten Angriffen ausgesetzt. Dies alles und noch mehr ist im Gange, aber es gibt keinen Herrscher, Präsidenten oder Führer, der den Islam, die Ehre unseres Propheten Mohammed und diese Ummah mit Wort und Tat schützt. Niemand setzt sich mit aller Kraft für den Dien von Allah ein. Doch dem war nicht so, als Sultan Abdul Hamid noch unser Kalif war. 1889 schrieb der französische Autor Henri de Bournier ein islamfeindliches Theaterstück, das Mahomet hieß. Er versuchte seine Position zu verteidigen, suchte Ausreden und sagte, dass es nicht im von Frankreich besetzten Algerien und Tunesien gezeigt werden würde. Die französische Regierung versuchte dem osmanischen Botschafter zu versichern, dass es sich hierbei nicht um einen Angriff auf den Islam handele. Doch Abdul Hamid setzte sie so sehr unter Druck, dass sie es selbst in Frankreich verboten haben. Wie bereits erwähnt, litt der islamische Staat zu jener Zeit unter großen Schulden. 1901 war es der zionistische Führer Theodor Herzl, der dem islamischen Staat große Summen an Geld anbot, um im Gegenzug einen Teil von Palästina zu bekommen, auf dem die Juden sich niederlassen können. Aber die Reaktion und Antwort von Abdul Hamid war kompromisslos. Er sagte, ratet Dr. Herzl, keine weiteren Schritte in seinem Vorhaben zu unternehmen. Ich kann nicht eine Handvoll Erde aus diesem Land weggeben, da es nicht mir gehört. Es gehört der islamischen Ummah, welche für dieses Land gekämpft und ihr Blut dafür vergossen haben. Die Juden können ihre Millionen behalten. Wenn das islamische Kalifat eines Tages zerstört ist, sind sie in der Lage, Palästina umsonst einzunehmen. Doch solange ich am Leben bin, würde ich mir lieber ein Schwert in den Körper stechen, als dass sich Palästina vom islamischen Staat abtrennen sehen. Das wird niemals geschehen. Ich werde nicht unsere Körper in Stücke schneiden, während wir noch am Leben sind. Sultan Abdul Hamid war es in anderen Worten lieber zu sterben, als ein Teil Palästinas an die Juden abzugeben. Er erkannte seine Verantwortung als Kalif über diese Ummah und kam ihr nach. Obwohl der Staat sich in so einer misslichen Situation befunden hat. Der osmanische Staat war schon längst nicht mehr am Zenit und nicht mehr so mächtig, wie er einst war. Man hätte deswegen annehmen können, dass Abdul Hamid das Angebot annimmt, gerade weil der Staat verschuldet war. Man hätte denken können, dass die westliche Welt sich gegen Abdul Hamid stellen wird, wenn er zu große Anforderungen stellt. Aber selbst wenn ihm so wäre, so ist das nicht der Maßstab des Muslim. Selbst den Tod hätte er auf diesem Weg auf sich genommen. Doch heute gibt es leider keinen Führer, Präsidenten oder Herrscher, der Sultan Abdul Hamid auch nur im Ansatz gleicht. Allah sagt O, die ihr glaubt, wenn ihr Allahs Sache helft, hilft er euch und festigt eure Füße.